Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Kaum eine Frage habe ich in letzter Zeit so oft gestellt bekommen wie diese. Ich weiß jetzt ungefähr, wie ich mich schütze, was ich tun muss, dass ich mich schütze, aber wie kann ich denn mein Neugeborenes schützen? Ich bin schwanger, auch da kenne ich die Abläufe jetzt einigermaßen, kriege jetzt mein Kind, was mache ich denn dann, um mein Kind bestmöglich zu schützen? Und ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, okay, ihr kriegt jetzt fünf knackige Tipps von mir, wo ich euch erzähle, wie ihr euer Kind bestmöglich schützen würdet. Und das sind auch die Tipps, die ich jetzt zum Beispiel machen würde, wenn meine Frau jetzt ein Kind bekommen würde, was sie nicht tut. Das weiß ich. Mein Name ist Dr. Medkonsen-Wagner, ich bin angehender Gynäkologe und seit einigen Jahren jetzt dabei, die Leute auf den sozialen Medien gut und vernünftig aufzuklären. Schaut mal bei Instagram vorbei und vor allen Dingen, vergesst nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Tipp Nummer eins, das kommt jetzt für viele gar nicht so überraschend, auch wer mir länger folgt und das letzte Video zum Beispiel gesehen hat, ist die ambulante Geburt. Ich würde empfehlen, ambulant zu entbinden. Das tue ich in den meisten Fällen sogar generell, wenn jetzt keine Komplikation oder Risiko vorliegt, weil auch ich und meine Frau zum Beispiel haben das so gehandhabt. Aber gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo wir auch noch nicht wissen, in welche Richtung geht es denn, Stand Anfang April sind wir alle ein bisschen entspannter geworden, so noch ein Gefühl. Aber wir wissen überhaupt noch nicht, in welche Richtung es geht. Es kann in beide Richtungen gehen. Und gerade da muss man einfach zusehen, dass man die Krankenhaus- und Klinikaufenthalte so gering wie möglich hält. Wir wissen, dass die Coronaviren nur so kommunale Viren sind. Das heißt, sie verbreiten sich gerne in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen. Und deswegen sollte man da den Kontakt und den Aufenthalt minimieren. Wenn es also möglich ist und über die Voraussetzungen und Vor- und Nachteile haben wir alles ausführlich im letzten Video gesprochen, kann ich euch auch gerne mal unten in den Kommentaren verlinken. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, ambulant zu entbinden, also nach der Geburt wieder schnellstmöglich nach Hause zu gehen. Tipp Nummer zwei, stillen. Das ist auch eine Frage, die ich momentan sehr oft gestellt bekomme. Sollte ich denn jetzt überhaupt stillen in diesen Zeiten? Oder sollte ich das auf jeden Fall vermeiden? Wenn ich jetzt infektiös bin, übertrage ich dann das Virus quasi auf mein Kind. Wir haben natürlich über SARS-CoV-2 wenig Daten, aber die, die wir haben über zum Beispiel die Muttermilch, sind sehr gut, denn da ist noch kein Virus nachgewiesen worden. Und ganz im Gegenteil, die Antikörper, die du in deinem Laufe des Lebens schon angesammelt hast, gehen auf dein Kind über die Muttermilch auch über, sodass du dem Kind durch das Stillen auch einen gewissen Nestschutz gibst, unabhängig jetzt von Corona. Wir wissen noch nicht, ob vielleicht die Antikörper von Corona, also SARS-CoV-2, auch auf das Kind übertragen werden können und du das Kind somit auch immun machst, wissen wir bis dato noch nicht. Aber alle umgebenden Erkrankungen, die das Kind jetzt auch haben könnte, wo dann auch noch zum Beispiel Corona dazukommen könnte, die kannst du vermeiden, indem du zum Beispiel dein Kind stillst. Versteht ihr grob, was ich meine? In der Medizin sagt man immer, man möchte jetzt nicht Läuse und Flöhe haben. Das heißt, das kindliche Immunsystem soll jetzt nicht mit einem anderen Erreger noch zu tun haben, was wir potenziell durch das Stillen oder Impfung zum Beispiel tilgen hätten können. Und jetzt kommt noch Corona dazu, also SARS-CoV-2. Das möchten wir nicht, sondern wir möchten, dass das Kind bestmöglich und das Immunsystem bestmöglich vorbereitet ist auf die Welt. Wenn du jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht stillen kannst oder nicht stillen willst, was auch immer, das ist ja immer so der große indirekte Vorwurf, den gleich Menschen bekommen, die jetzt nicht stillen möchten oder können, dann ist das halt so. Aber wenn du die Wahl hast und es dir überlegst, dann ist stillen auf jeden Fall den Tipp, den ich dir geben würde. Tipp Nummer 3 und das bitte ich wirklich gerade in diesen Zeiten ein bisschen zu berücksichtigen. Generell empfehle ich schon, die Besuchszeiten für Neugeborenen gucken, Baby gucken, Freunde, Verwandte, Familie etc. so gering wie möglich im Wochenbett zu halten. Man hat da genug Stress und zu tun und die Kinder sehen am Anfang alle ein bisschen ähnlich aus. Also die werden dann erst sich in den nächsten Wochen so ein bisschen entwickeln und da macht es auch mehr Spaß, die anzugucken als gerade in der ersten Zeit. Das ist mein genereller Tipp. Jetzt gerade in diesen Zeiten, bitte vermeidet die Besuchszeiten im Wochenbett, so wie es nur geht. Wir haben alle diese tollen Dinger. Wir haben Handys, wir haben Laptops, wir haben überall die Webcams rumstehen. Man kann auch einfach mal die Kamera nehmen und ein Bild machen und den Verwandten schicken und sagen, Leute, wir freuen uns, wenn dieses Zeug jetzt vorbei ist, dass ihr mal die Kleine oder den Kleinen persönlich und live sehen könnt. Aber momentan bleibt bitte zu Hause, wir tun es auch. Das ist mein ganz, ganz wichtiger Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4 und ich weiß, den könnt ihr nicht mehr hören, aber wir sollten auf keinen Fall müde werden, uns diesen Tipp anzuhören und auch zu berücksichtigen. Und ich werde ihn auch immer wieder erwähnen, ist die Hygiene. Nicht nur, aber vor allem auch die Hygiene, die wir selbst an uns betreiben, Hände waschen, Nies- und Hustknigge in den Ellenbogen, haben wir alles zuhauf gehört. Aber auch der Gegenstandsknigge. Also, dass man die Hygiene auch an den Gegenständen, die man so in die Wohnung oder in das Haus rein und raus trägt, beachtet. Stellt euch einfach mal ein Szenario vor. Ich nehme jetzt mal uns als Beispiel, dass sich hier keiner irgendwo angegriffen fühlt. Und stell dir vor, meine Frau hat jetzt ein Kind bekommen. Wir haben ein Kind bekommen, neugeborenes Zuhause. Und ich arbeite noch, war in der Praxis, hatte viel Patientenkontakt, komme nach Hause, popel mir einmal in der Nase, gehe ins Kinderzimmer, um Hallo zu sagen und gehe wieder raus. Und Mareike möchte dann stillen und geht dann quasi in dieses Kinderzimmer rein, fasst die Klinke an, die ich vorher mit meiner angepobelten Hand angefasst hatte und möchte jetzt das Kind anlegen, berührt ihre Brustwarze und versucht mit dem Mund des Kindes da die Brustwarze einzufangen etc. Und schon haben wir den Übertragungsweg, der einfach vermeidbar gewesen wäre. Also alles, was wir berühren, was wir rein und raus nehmen aus der Wohnung, sollte man einfach momentan darauf achten. Was habe ich mit reingenommen? Muss das mit rein oder kann das auch draußen vor der Tür stehen bleiben? Man muss sich irgendwie so eine Blase schaffen, wo man einigermaßen in seiner eigenen Familien- und Kohortenhygiene ist. Das heißt nicht, und das ist auch gar nicht so tolle, wenn alles steril ist für so ein Kind. Weil so ein Kind muss auch Kontakt haben mit Keimen. Aber momentan wollen wir es halt einfach minimal halten und vor allen Dingen in der Kohorte bleiben und nichts von außen in diese Kohorte, in diese Blase reinbringen. Tipp Nummer 5 ist auch ein wichtiger Tipp, der oft vergessen wird. Sich selbst und sein eigenes Risiko einschätzen, aber auch das Risiko anderer einschätzen. Das heißt, habe ich jetzt Heiserkeit, ein bisschen Halskratzen, denke ich mir aber, gut, Geburt ist 4-5 Tage her, ich habe da gestöhnt und geschrien, bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen heiser. Nehmt das alles als Red Flag. Sagt, okay, ich bin jetzt erkältet, ich habe jetzt dicke Lymphknoten oder etc. Das heißt nicht, dass ihr hypochondrisch zu Hause rumlaufen sollt, aber achtet auf euch und schätzt euer Risiko ein. Könnte es sein, dass ich mich infiziert habe? Könnte es sein, dass ich vielleicht vor 10 Tagen Kontakt mit irgendjemandem hatte, der aus einer Risikopopulation kommt? Zum Beispiel, nehmt mal wieder mich. Ich war in der Praxis die ganze Zeit beschäftigt und jetzt ist das Kind geboren und jetzt bin ich zu Hause und Mareike denkt aber, ah ja, warte mal, der hatte ja vor ein paar Tagen noch viel Kontakt mit vielen anderen Menschen. Das heißt, es könnte potenziell sein, dass er sich infiziert hat, auch wenn er vielleicht wenig Symptome hat. Sollte das der Fall sein, dann musst du diese ganzen Hygienemaßnahmen umändern, so als wenn du selbst infiziert wärst. Und da verlinke ich euch mal eine schöne Stellungnahme von der DGPI. Das ist quasi die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die zusammengearbeitet hat mit der DGGG, der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und die zusammen quasi ein schönes Vorgehen kreiert haben. Was passiert eigentlich mit Covid-19-Positiven oder sagen wir mal SARS-CoV-2-Positiven Frauen mit Neugeborenen? Was müssen die machen? Was müssen die beachten? Da kann man sich mal ein bisschen orientieren. Und wenn du denkst, könnte schon sein, dass ich das jetzt habe, dann würde ich auf Nummer sicher gehen. Also dann ist die Hygiene, diese Basishygiene, upgedatet auf eine intensivierte Hygiene. Mundschutz beim Stillen, eineinhalb Meter mindestens Abstand von Neugeborenen zur Mutternacht zum Beispiel oder eine Trennwand. Werdet ihr alles da in dieser Stellungnahme nachlesen können. Aber achtet bitte auf euch und auf den Partner und schätzt das Risiko ein für Covid-19. Das wird immer relativ schnell mal vergessen. Ja, habe ich schon nicht, wird schon nicht. Und dieses wird schon nicht ist momentan nicht angebracht. Wenn das Kind mal älter ist, zwei, drei, vier Jahre, dann ist es nicht mehr so heikel wie bei diesen Neugeborenen. Weil die müssen wir wirklich schützen. Das sind meine fünf Tipps, die ich nicht nur empfehlen würde, sondern, wenn ich in der Situation jetzt wäre, genau so machen würde. Von der ambulanten Geburt bis zur Risikoeinschätzung würde ich alles genauso handhaben, damit ich genau Bescheid weiß, ich habe mein Kind optimal und gewissenhaft zu schützen versucht. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, bleibt alle wachsam und werdet nicht müde, euch hygienisch zu verhalten. Bis bald wieder. Ciao. Ciao.